Ja, willkommen zu meiner Session über die Joomla On-Page-Optimierung. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Elisa. Ich habe im Jahr 2000 eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin im Digital- und Printbereich. Habe also mit Design und auch mit Online was zu tun gehabt. 2006 habe ich dann Joomla entdeckt und habe damit angefangen. Im Jahr 2008 habe ich ein Studium gemacht, ein Marketingstudium 2008 und 2009 und habe mich dann 2009 auch selbstständig gemacht. Habe also dieses Jahr mein zehnjähriges in der Selbstständigkeit und manche kennen mich vielleicht auch über das Buch, was ich mit David zusammen geschrieben habe, 2017. Gestern war das glaube ich, hat mich Facebook daran erinnert, dass es genau vor zwei Jahren erschienen ist im Handel. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung gewesen. Bevor ich euch was über die On-Page-Optimierung erzähle, will ich euch eine ganz kleine Geschichte erzählen über ein Projekt, das ich gestartet habe. Und zwar habe ich eine Domain reserviert im Jahr 2010. Das Projekt heißt Browser-Cache-Learn.de. Ich war mega genervt von ganz vielen Kunden, denen ich das immer wieder erklären musste, wie man den Cache lernt. Und dann habe ich mir gedacht, ich reserviere eine Domain und erkläre es denen da einmal und verweise dann immer nur auf den Link. 2010 bis 2017 hatte diese Seite dann genau null Besucher. Was könnte der Grund dafür sein? Ich habe die Seite nie online gebracht. Wie viele von euch haben Domains reserviert, aber nie was damit gemacht? Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich vielleicht doch mal was mit der Idee zu machen, die man mal hatte. Ich habe also 2017 habe ich die Seite dann irgendwann mal online gebracht und habe dann sage und schreibe zehn Besucher am Tag gehabt, so im Durchschnitt. Man sieht es hier ein bisschen an der Kurve. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich habe lange Zeit, also die Linie ist halt ungefähr so lang flach gewesen und dann kommen wir an den Punkt, wo ich gesagt habe, wir gehen jetzt online. Dann habe ich auf Facebook einen Post gemacht. Ich habe eine Seite online gebracht, dann hat jeder mal drauf geguckt und dann war das wieder unten. Und das war so 2017. Immerhin so im Durchschnitt zehn Besucher am Tag gehabt. Dann im Jahr 2018 hat mich die Seite eigentlich gar nicht mehr interessiert. Diese Zahl habe ich jetzt erst im Nachhinein erfahren. So im Durchschnitt 100 Besucher am Tag ist schon ganz ordentlich. Und ich habe auch halt bei diesem Projekt immer darauf geachtet, dass es technisch und auch vom Text her, von der Struktur, alles schon in eine gute Richtung geht. Also so die Basisarbeit von On-Page-Optimierung, was ich euch jetzt dann erzählen werde, habe ich damals schon befolgt. Und ohne irgendwas an der Seite zu machen, hatte ich dann irgendwann 100 Besucher am Tag. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Also steigendes Interesse und steigende Rankings gehabt. So sieht die Kurve dann in 2018 aus. Also ging schon immer stetig bergauf. Irgendwann im Juli 2019 habe ich dann irgendwie Langeweile gehabt und auch mal wieder Zeit. Schaue in meine Statistik rein und denke mir, ach du liebe Güte, 650 Besucher am Tag. Wie kommt denn das? War positiv überrascht, habe mich sehr gefreut, war stolz und habe mir gedacht, das ist sehr motivierend. Ich habe ja noch nicht alles ausgereizt, was On-Page-Optimierung betrifft. Da könnte ich aber schon noch ein bisschen was dran schrauben an der Seite. Also Juli 2019, 650 Besucher ungefähr am Tag gehabt und dann habe ich ein paar Stellstrauben gedreht und habe jetzt 3500 Besucher am Tag. Also meine Statistik von 2019. Ihr seht, dass die Kurve zwar stetig hochgegangen ist von den Besuchszeilen. Das Tiefe sind übrigens immer die Wochenenden. Da interessiert sich keiner für den Cash. Und dann gibt es hier so einen ganz kleinen Bruch. Das sieht zwar immer noch wie so eine gleichmäßige Kurve aus, aber dieser Bruch hier, das war der Juli, wo ich entdeckt habe, 650 Besucher. Nicht schlecht. Da habe ich angefangen, irgendwie ein bisschen noch mehr an der On-Page-Optimierung zu arbeiten. Und ihr seht, hier habe ich ein bisschen in die Kurve reingezoomt. Hat sich dann der Wert teilweise vom durchschnittlichen täglichen Besuch verfünffacht. Also insgesamt. Ja? Ja, also die Seite wird mittlerweile sogar in Fehlermeldungen mit genannt von Webseiten. Wenn irgendein technischer Fehler auftritt, wird darauf verlinkt. Und das sind halt vielleicht Webseiten, die eher im Business-Bereich genutzt werden. Am Wochenende ist man halt nicht online so viel wie während der Woche. Ja, schon gravierender Unterschied mit den Wochenenden, aber für mich ist es jetzt logisch eigentlich mit, ja, einfach mit dem Cash lernen und so weiter. Die Frage, is it magic, is it voodoo? Nein, ist es nicht. On-Page-Optimierung ist halt einfach die inhaltliche, die strukturelle und die technische Optimierung von euren Webseiten. Und das ist das Handwerkszeug. Und eigentlich hat On-Page-Optimierung für mich noch ziemlich wenig mit SEO zu tun. Es ist zwar, also Suchmaschinenoptimierung ist eine gute Folge von den ganzen Maßnahmen, aber das ist das Basis-Handwerkszeug, was die Seite überhaupt haben muss, um dann überhaupt mir Gedanken über Suchmaschinenoptimierung zu machen. Also in dem Vortrag wird es weniger um Suchmaschinenoptimierung gehen, als um das Basis-Handwerkszeug, was ihr befolgen müsst, damit die Seite überhaupt irgendwann an den Stand kommt. Ich komme aus Nürnberg und wir haben ja den Christkindlesmarkt in Nürnberg. Und diese Stände dort, die sind sehr begehrt. Der Markt ist weltweit bekannt. Und ja, unser Ziel ist es jetzt, auf diesen Christkindlesmarkt zu kommen. Dafür bräuchten wir eine Bewerbung. Wir bewerben uns bei der Stadt Nürnberg beim Marktamt und sagen, wir möchten einen Stand auf diesem Markt haben, am besten direkt vor der Frauenkirche. Mit was für einem Stand bewerben wir uns denn dort auf dem Christkindlesmarkt? Es ist so ein Stand, weder optisch noch technisch gut. Also wir müssen erstmal unseren Stand technisch optimieren und vielleicht eher irgendwie so eine Bude hinstellen. Und die sollte möglichst rechtzeitig auch zum Start aufgebaut sein vom Christkindlesmarkt. Solide sein. Ich habe jetzt auch keine noch schönere gefunden, aber ist auf jeden Fall schon mal 100 Prozent besser als die Bruchbude, die ich euch gerade gezeigt habe. Und was wollen wir denn auf dem Christkindlesmarkt verkaufen? Wäre die Frage. Wird uns das Marktamt auch fragen, was wollen sie denn eigentlich dort verkaufen? Und wir sagen, ja, wir verkaufen Flamingos für Pools. Das wird die Besucher auf dem Christkindlesmarkt nicht wirklich interessieren. Die werden sich eher vielleicht für Lebkuchen interessieren oder irgendwelche anderen Weihnachtssachen. Ich wollte eigentlich erst als Beispiel Heizdecken bringen, aber die werden ja vielleicht dann doch der Ränder auf dem Weihnachtsmarkt. Also wir wollen dann vielleicht doch eher Lebkuchen anbieten und die möglichst nicht in so einer Form, sondern die Struktur muss optimal sein und die Nutzeransprache sollte da sein. Da ist ein Bild von mir reingepastelt in den Stand, als ich tatsächlich mal auf dem Christkindlesmarkt mal ausgeholfen habe in Nürnberg. Da in der Bude drinnen. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die im echten Leben auch sehr wichtig sind. Und wieso sollten die nicht wichtig sein für unsere Internetseiten? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass eure Webseite technisch optimiert ist. Der wichtigste technische Faktor, was war das bei mir bei meiner Browser-Cache-Lernseite zwischen 2010 und 2017, der größte Fehler, die war erstmal überhaupt nicht online. Also eure Seite muss online sein. Die muss erreichbar sein. Die muss bei einem Hoster liegen, der ja eben erreichbar ist, wie ich gerade schon gesagt habe, der auch vielleicht eine geringe Antwortzeit hat vom Server. Wenn ein Server erstmal fünf Sekunden braucht, um überhaupt zu reagieren, dann geht das ganz zu Lasten von eurer Webseite. Dann kann die noch so gut sein. Da verliert ihr halt schon total viel an so einem Faktor. Also die beste Programmierung nützt nichts, wenn die Seite einfach nicht erreichbar ist. Im Bereich Technik ist aber auch die Programmierung der Webseite sehr wichtig. Dazu gehört die richtige Einstellung im Caching und zum Beispiel solltet ihr die Komprimierung einschalten. Es gibt ganz verschiedene Use Cases, wie man, oder nicht Use Cases, sondern Vorlagen, wie man die HT-Access-Datei anpassen kann in Bezug auf Caching und Komprimierung und so weiter. Ihr könnt das Joomla-Cache-Plugin einschalten, in der Konfiguration in Joomla-Cache einschalten. Für alle, die mitschreiben. Ich lade die Folie natürlich irgendwo hoch. Ich twitter das später. Ihr müsst das nicht alles mitschreiben. Und auf meiner Webseite wird es auch zu sehen sein. Genau. Also von der Technik her müsst ihr solche Faktoren beachten. Das Template sollte professionell programmiert sein. Ihr solltet wenig JavaScript-Dateien nutzen und wenn ihr sie nutzt, dann auch komprimiert ausliefern. Wenig CSS und auch wieder komprimiert ausgeliefert. Es gibt einen speziellen Kollegen bei Joomla, der schimpft immer gegen Bootstrap. Oder es gibt auch eigentlich mehrere Kollegen, die mal gegen Bootstrap schimpfen. Ich finde Bootstrap gemütlich, einfach. Alle Klassen vorhanden. Ich kann Webseiten sehr schnell damit aufbauen. Und ein kleines Beispiel, was man mit Bootstrap machen kann, ist, dass man Elemente, die man gar nicht benutzt, auch einfach auskommentiert. Also ich habe es jetzt fauler Weise auskommentiert. Ich kann es natürlich auch ganz rauslöschen. Wenn man SCSS benutzt und die ganzen Einzeldateien von Bootstrap benutzt, kann man Elemente, die in einem Template überhaupt nicht vorkommen, einfach auskommentieren. Und dann hat man halt auch weniger CSS-Code und damit auch schnellere Ladezeiten. Das nur mal kurz als Beispiel. Bilder sollten in der richtigen Dateigröße hochgeladen werden. Also immer optimiert im richtigen Dateiformat. Also keine PNGs nutzen, wo es auch ein JPEG machen würde. Es gibt jetzt auch neue Dateiformate wie WebP. Die sind aber noch nicht von allen Browsern komplett unterstützt. Also ich gehe immer noch mit JPEG-Dateien oder teilweise sogar noch GIF, wo es sinnvoll ist, oder SVGs. Man sollte immer für den Einsatzzweck das richtige Dateiformat raussuchen und die Dateigröße so gering wie möglich halten. Ich denke, dass Barrierefreiheit auch ein ganz großer Faktor ist für die On-Page-Optimierung. Aber Barrierefreiheit hat nicht nur was mit Technik zu tun, sondern auch mit Inhalten, mit Design. Es hat ganz, ganz viele Faktoren. Wer nicht bei Joschi im Vortrag vorhin drinnen war, der sollte sich unbedingt die Aufzeichnung von dem Vortrag anschauen, weil in dem Vortrag wirklich die Basiselemente von barrierefreien Webseiten sehr gut erklärt waren. Und ja, also Barrierefreiheit ist sehr wichtig. Jetzt renne ich weniger durch den Vortrag durch. Jetzt geht es um Inhalte und die Struktur der Webseite. Was ist da alles wichtig? Zum einen der Browser-Title. Was ist der Browser-Title? Eigentlich, wie es der Name schon sagt, ist es der Titel, der hier im Browser oben das Fenster benennt. Aber der Browser-Title wird auch von Google herangezogen, um diese Überschrift darzustellen. In erster Linie hat dieser Browser-Title eigentlich keine Relevanz für das Ranking. Das ist eher für die Conversion gut. Also klickt derjenige überhaupt drauf auf diesen Titel. Es gibt verschiedene Regeln für diesen Browser-Titel. Man sollte, also jede Seite sollte einen eigenen Browser-Titel haben. Es sollte jetzt nicht überall in allen Browser-Titeln die gleichen Sachen drinnen stehen. Er sollte bitte existieren. Das ist ganz wichtig. Er sollte überhaupt da sein. Er sollte zwischen 30 und ungefähr 55 Zeichen haben. Die genaue Zeichenanzahl ist nicht so leicht definierbar, weil, ich gehe nochmal zurück, hier Google eine gewisse Pixellänge nutzt für den Titel. Das sind nicht Zeichen X, sondern das wird nach Pixeln gerechnet. Und nach ungefähr 55 Zeichen ist da einfach Schluss. Schöne Grüße. Man sagt, dass das Keyword am Anfang wenigstens enthalten sein soll oder irgendwie wenigstens irgendwo untergebracht werden soll. Das gehört jetzt wieder ein bisschen so zu SEO, Hokus-Pokus. Ob das was bringt oder nicht, das muss man einfach mal ausprobieren. Das ist eine der Regeln, die häufig benannt werden. Man sollte das einladend formulieren, weil wenn man auf Google kommt und halt dieses Suchergebnis sieht, dann soll das halt Lust machen, dass man draufklickt. Und aber jetzt aus der Session von Yoshi habe ich auch mitgenommen, dass man es auch für Barrierefreiheit mitnutzen kann, um demjenigen, der gerade auf der Seite ist, zu sagen, wo befinde ich mich gerade. Also sollte man den Browsertitel auch ein bisschen beschreibender formulieren. Das werde ich jetzt für mich optimieren wollen. Statt löschen Sie den Cache auf Ihrem Windows-PC, werde ich vielleicht davor schreiben, Beschreibung, Doppelpunkt oder irgendwas. Ich denke, das wird es ein bisschen logischer machen für die, die die Seite nicht so sehen. Mal gucken. Wo stellt man den Browsertitel ein? In Joomla hat man Menü-Eintrag, in dem Reiter Seitenanzeige eine Einstellung, ganz, ganz unten glaube ich, ne, da ist es oben, Seitentitel im Browser. Das ist der Browsertitel. Da stellt ihr den ein im Menüpunkt. Wenn ihr keinen Menüpunkt habt, dann habt ihr im Beitrag, im Reiter Optionen, das konnte ich jetzt nicht so abbilden, ganz, ganz unten, der allerletzte Einstellungspunkt ist Browsers Seitentitel. Da könnt ihr den Titel eingeben. Aber der funktioniert nur, wenn kein Menüpunkt zu diesem Beitrag vorhanden ist. Dafür wurde das irgendwann mal, glaube ich, in Joomla 3.8 oder so eingeführt. Dann gibt es noch eine Einstellung unter Systemkonfiguration, Seitenname im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Ne, die Einstellung heißt Seitenname auch im Titel. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, dass euer Seitenname immer davor gestellt wird vor dem Browsertitel oder nachgestellt wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ich stelle das immer aus, weil wenn eure Seite Browsercache leeren heißt, habt ihr ja schon von der Domain her die Präsenz hier unten, also das Grün hier, in Grün steht ja schon die Domain da, da steht ja schon der Seitentitel drinnen. Dadurch, dass eure Seite ja auf dieser URL drauf ist, ist es ja schon überpräsent. Ihr müsst ja nicht den Firmennamen 10.000 Mal wiederholen. Die Seite wird zu dem Firmennamen sowieso ranken. Ich stelle das aus und spare mir lieber die Zeichen für einen wirklich beschreibenden und guten Browsertitel. Also das ist der erste Punkt. Zum Browsertitel gehört auch die Metadescription dazu. Das ist der Text, der dann unten drunter steht in Google. Das ist das, was sich Google rauszieht. Und die Metadescription hat ähnliche Regeln wie der Browsertitel. Sollten keine Duplikate erstellt werden. Also jede einzelne Unterseite sollte eine eigene Metadescription haben. Sie soll bitte möglichst existent sein. Maximal 156 Zeichen. Da gab es dazwischen mal eine andere Meinung, auch offiziell von Google. Die haben gesagt, ihr könnt schon 270 Zeichen machen. Wir holen uns dann das raus, was wir für richtig erachten. Das ist jetzt glaube ich wieder revidiert worden. Ich halte mich immer noch so ungefähr an die 156 Zeichen ungefähr. Wenn ihr einen Blogbeitrag schreibt, der ein Datum enthält, dann sind die Zeichen ein bisschen weniger, weil im Google Suchergebnis dann das Datum mit drinnen steht. und das nimmt euch ein bisschen Länge von eurer Metadescription weg. Also dann steht dann bei Google veröffentlicht am oder irgendwas und das nimmt euch eben die Länge weg. Ihr dürft Symbole verwenden in diesen Metadescriptions. Das habt ihr bestimmt schon öfters mal bei Google gesehen, dass da grüne Häkchen, Herzchen, Sternchen drin sind. Das dürft ihr schon gerne machen. Und diese Metadescription sollte nach dem AIDA-Prinzip formuliert werden. Also Attention, Interest, Desire, Action, wer es nicht kennt. Macht auf euren Inhalt aufmerksam, macht ihn interessant und sagt, hier klicken für mehr Infos, ruft ein bisschen dazu auf. Das ist, eure Metadescription ist der Marktschreier eigentlich. Ja, der soll die Leute zu eurer Seite holen. Ganz viele Leute machen den Fehler, dass die in die Metadescription irgendwie wiederholen, was man auf der Seite sieht oder sogar zusammenfassen, was man auf der Seite sieht. Wieso sollte ich dann bei Google auf das Ergebnis draufklicken, wenn da schon die Infos alle draufstehen? Also die Metadescription ist diejenige, die die Leute auf eure Seite ziehen soll. Wo stellen wir das in Joomla ein? Wir stellen das im Menüeintrag ein, im Reiter Metadaten unter Metabeschreibung. Das ist der Platz Nummer 1, wo man es einstellen kann und hat auch die höchste Priorität. Ihr könnt es auch im Beitrag, im Reiter Veröffentlichung hinterlegen, die Metadescription. Aber wenn jetzt beides eingestellt wäre, würde sowieso nur der Menüpunkt gelten. Also ihr braucht euch jetzt nicht die Mühe machen und alle Beiträge zutexten und das ganze Menü, sondern ihr müsst es nur an einer Stelle pflegen. Warum wird das hier an mehreren Stellen gepflegt? Nicht jeder Beitrag braucht ja einen Menüpunkt. Ihr könnt ja einen Kategorieblock haben und dort drin Beiträge haben und die haben ja nicht zwingend einen Menüpunkt. In der Kategorie selbst gibt es auch noch mal einen Platz für die Metadescription. Und da gilt halt das Gleiche. Also wird nur an einem Ort gepflegt und das Menü hat immer höhere Priorität als der Beitrag. Wem das alles zu konfus ist und wo ist jetzt die Metadescription und dauernd hin und her klicken muss, ob die jetzt überhaupt drin ist oder nicht. Da gibt es ein ganz tolles Plugin von Viktor Vogel, das heißt EF-SEO. Das ist auch sehr beliebt. Das zeigt euch, wenn ihr im Frontend eingeloggt seid, dann den Status von der Seite an, ob da eine Metadescription drin ist oder nicht. Und man kann dann auf diesen Status draufklicken, seine Sachen eintragen und das Plugin trägt es dann entsprechend in die richtige Tabelle ein. Ein kleiner Trick, den ich angewendet habe bei ein paar Kundenseiten, die zum Beispiel Shops haben oder Stellenanzeigen. Wenn ihr mehrere tausend Seiten habt, wo sich Inhalte wiederholen und ihr euch denkt, wer soll denn die ganzen Metadescriptions schreiben, könnt ihr Metadescriptions teilweise automatisieren, würde ich aber tatsächlich nur an solchen Stellen machen wie eben Shops oder Stellenanzeigen. Da könnt ihr dann mit ein bisschen Platzhaltertexten arbeiten und sagen, bestellen Sie jetzt Produkt X bei uns, dann vielleicht per Random noch irgendwelche Topfprodukt oder irgendwelche Sachen ausgeben und dann euch daraus die Metadescription bauen. Dafür könnt ihr ein Plugin schreiben oder wo ich das jetzt eingesetzt habe, das waren Webseiten, die waren nicht nur Core Joomla, sondern die waren mit Cplot gelöst. Dann hatte ich eben meine ganzen Stellenanzeigenfelder und konnte aus den Infos der Stellenanzeige entsprechend die Metadescription zusammenbauen. Wer von euch trägt fleißig Meta-Keywords ein? Schlüsselwörter? Ich hoffe, dass die meisten seit 2004 nicht mehr machen. Das braucht ihr nicht. Wo ich es noch erlauben würde, ist, es gibt ein Modul für Joomla, das heißt Related Articles. Das funktioniert mit diesen Meta-Keywords. Das nimmt sich diese zur Hilfe, um die verwandten Beiträge zu zeigen. Da sage ich, okay, dann macht das gerne, aber bitte nicht für On-Page-Optimierung oder Suchmaschinen-Optimierung. Dafür braucht ihr Meta-Keywords definitiv nicht. Es ist im Gegenteil eine Hilfe für euren Wettbewerb, um ihm zu sagen, zu welchen Keywords ihr eigentlich am liebsten ranken würdet. Dann das Thema H1-Überschrift. Eine Überschrift generell hilft Screenreadern, Suchmaschinen und Benutzern dabei, das Thema von dem Dokument zu beschreiben, von der Webseite zu beschreiben. Und die H1-Überschrift ist dabei die wichtigste Überschrift. Überschriften, die mit H1 beginnen, die sollten pro Seite halt nur einmal auftauchen, möglichst. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. Technisch gesehen ist es schon richtig, dass man zum Beispiel verschiedene Sektionen hat und jede Sektion dann eine H1 hat. Aber die meisten On-Page-Tools, die akzeptieren das nicht. Wie Google das sieht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ergibt halt grundsätzlich mehr Sinn, wenn eine Seite nur eine Überschrift hat. Und das könnt ihr euch einfach vorstellen, wie die Hauptheadline von einer Zeitung, da würdet ihr auch nur eine benutzen und nicht jedem Beitrag die gleiche Headline geben. Das heißt, die H1-Überschriften sollten sich auch von anderen unterscheiden. Also ihr habt eigentlich immer bei allen On-Page-Sachen immer die gleichen Regeln. Keine Duplikate, muss existieren, sollte nicht zu lang sein, nicht zu kurz sein. Wie lang oder wie kurz das ist, das müsst ihr euch dann entsprechend immer raussuchen. Eine H1 sollte einen hohen Informationsgehalt haben und möglichst das wichtigste Keyword einschließen. Das ist jetzt wieder ein bisschen mehr in Richtung SEO-Optimierung. Und zum Thema Überschriften ist auch wichtig zu sagen, dass die Struktur stimmen muss. Also ihr solltet nicht eine H1 machen, dann eine H4 und dann eine H3-Überschrift. Das machen manche Kunden gerne, die ich nicht genug gebrieft habe, die einfach das wegen dem Stil machen. Aber ich hätte doch jetzt gerne die orange Überschrift hier und nicht die grüne. Und dann nehmen die halt diese H-Formatierungen. Da lege ich mittlerweile einfach das nochmal als Klasse an, sodass die die Klasse im Editor auswählen können, um die H1 oder die Überschriften als Styling zu verwenden. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter in Schumer mit den ganzen Überschriften. Wo pflege ich die denn? Zum einen kann man es im Menüeintrag, im Reiter Seitenanzeige, unter Seitenüberschrift pflegen. Das kann ich aber auch leer lassen. Dann nimmt er entweder den Titel oder er nimmt dann den Beitragstitel raus. Das wäre die nächste Station für die H1-Überschrift, woher sie kommen könnte. Oder ich müsste es egal, was Joomla mir bietet, ich trage das einfach in den Editor ein und wähle als Überschrift in den Formaten das aus. Ich habe auch in der Kategorie das Feldtitel, wo die H1 herkommen könnte. Ich habe in der Kategorie auch ein Editor-Feld, wo die H1 herkommen könnte. Ich habe Module, ich habe Modultitel, ich habe Custom Fields, Overrides, andere Komponenten. Die H1 kann überall herkommen. Und was machen wir jetzt damit? Da ist ein bisschen Handarbeit notwendig. Jetzt am Beispiel von der Browser-Cache-Lernseite. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu klein für die meisten zum Lesen. Ihr habt ja im Browser den Element-Inspektor. Den könnt ihr aufrufen, wenn ihr mit der rechten Maustaste auf die Webseite geht. Dann steht da meistens irgendwie Element untersuchen, überprüfen oder irgendwie sowas da. Und dann habt ihr unten die HTML-Struktur der Webseite. Und in dieser HTML-Struktur könnt ihr auch suchen. Und dann sucht ihr einfach mal nach H1 und guckt, wie viele H1 auf der Seite sind. Und dann müsst ihr euch auch auf die Suche machen, woher die kommen. Ist leider so. Und dann müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr dann draus macht. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Overrides geschrieben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemurkst. Ist nicht so schlimm. Aber ich gucke jetzt, ist ein Seitentitel aus dem Menü da? Wenn ja, dann gibt den Seitentitel aus dem Menü die Struktur, also die H1-Überschrift. Wenn das nicht da ist, dann gibt der Überschrift die H1-Überschrift und so weiter. Also ganz viele If-Abfragen in dem Override. Und dann kann ich einfach mein ermitteltes Heading in die Headline einfügen. Genau. Also Override ist da die Lösung. Wäre vielleicht aber auch ein guter Zusatz für Joomla 4, dass man sich einfach die Überschriftengröße dann jeweils in den Optionen aussuchen kann. Aber ich weiß nicht, ob sowas kommen wird, weil wir wollen ja eher Optionen verringern als erhöhen. So, nächster Punkt sind Open Graph und strukturierte Daten. Wenn ihr eure Webseite bei Facebook, bei Google, bei LinkedIn, bei Xing, bei Pinterest, bei Twitter und so weiter, Instagram, wenn ihr eure Seite dort teilt, dann holen sich die entsprechenden Dienste strukturierte Daten. Und diese Daten werden dann willkürlich von eurer Webseite gezogen. Also entweder werden alle Bilder gezogen, die auf eurer Webseite vorhanden sind. Als Einleitungstext wird dann vielleicht noch die Metadescription hergezogen oder ihr bestimmt selbst, was für Daten ihr welchen Dienst zur Verfügung stellt. Das könnt ihr entweder über ein Override machen. Ah, ich habe hier nochmal. Also es gibt für Facebook, sagt ihr, welchen Seitentyp habe ich, wann ist mein Beitrag veröffentlicht worden, wer ist der Autor von meinem Beitrag, was ist der Titel, was ist die Beschreibung. Dann gibt es verschiedene Open Graph Bildformate. Das ist auch ein bisschen tricky momentan noch, weil ihr solltet eigentlich nur ein Open Graph Image angeben. Aber Facebook will ein querformatiges, Google will ein quadratisches, Twitter will ein quadratisches und Pinterest will sogar Hochformat. Also müsst ihr für jede Plattform das richtige Format auch noch zur Verfügung stellen. Dann auch die Dimensionen von dem Bild angeben und den Alttext vom Bild übertragen. Und für Twitter das gleiche dann nochmal. Und die eine Möglichkeit, diese strukturierten Daten zur Verfügung stellen, wäre wieder ein Override. Ihr könnt ja in eurem Template oder in eurem Override einfach die Metadaten setzen. Dann müsst ihr ja OG Image, steht dann für das Meta-Tag OG Image, wie es schon sagt. Und dann gebt ihr den Pfad zum vielleicht Einleitungsbild oder zu einem Custom Field an. Und so wird dann dieser Tag in eurem Template hinzugefügt. Gut, ich habe dafür ein Plugin geschrieben, weil es gab irgendwo mal, was ich manchmal gerne mache, es gab mal die Anforderung eben dieses Pinterest-Bild auszugeben einzeln. Und dann habe ich mal probiert, ob ich das so hinkriege. Und dann habe ich ein Plugin geschrieben, das dann anhand von dem Bot erkennt, wer will gerade meine Seite sehen, es ist Facebook, es ist Google, es ist vielleicht Pinterest. Und dementsprechend kann ich Bildformate hinterlegen und die entsprechenden Dienste kriegen dann das richtige Bildformat. Das Plugin könnt ihr euch kostenlos auf GitHub unter meinem Account runterladen. Ich hoffe, es braucht nicht zu viel Dokumentation, weil ich bei den Labeln, die dahinter stehen, immer geschrieben habe, was man da machen kann. Ich kann es, wenn wir zum Schluss noch Zeit haben, auch kurz mal zeigen. Ein großer Fehler, der dann gemacht wird, ist, dass man zu wenig Textinhalte hat auf der Seite, weil viele noch der Meinung sind, um Gottes Willen, ich will auf keinen Fall scrollen. Heutzutage sind Besucher aber eigentlich eher daran gewöhnt zu scrollen. Auf Facebook ist es eigentlich einfacher zu wischen, als sich Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich klicken. Und deswegen solltet ihr keine Angst davor haben, lange Seiten zu haben. Und eine hohe Verweildauer auf der Seite, die ist ja auch ein positives Signal für Google. Ihr solltet aber nicht irgendwie auf der Seite ganz viele Keywords verwenden, nur um sie verwendet zu haben. Ihr wisst ja, die künstliche Intelligenz ist schon ziemlich weit und auch Google lässt sich da nicht verarschen. Ihr solltet eure Texte so schreiben, dass sie für euren Besucher sinnvoll sind. Vielleicht noch später, jetzt sage ich euch noch zwei, drei Tricks, wie man die Texte noch anreichern kann. Aber man sollte halt kein Keyword-Spamming betreiben. Und es ist halt ganz gut, wenn man Seiten eher zusammenfasst. Das ist auch gut dafür, dass man nicht zu lange Klickpfade hat zu der Zielseite. Die sollte man nämlich auch vermeiden. Duplicate Content. Seiteninhalte sollten sich halt nicht wiederholen, weil sie sich dann eine andere Kraft wegnehmen. Also ihr solltet nicht auf jeder Seite irgendwie das Gleiche dauernd erzählen. Und Seiten mit so wenig Text, die können teilweise wie Duplicate Content erscheinen, weil die ganze Navigationsstruktur und vielleicht so News-Module auf der Seite, die dann erscheinen, die bilden dann den Haupt-Content. Und der eigentliche Text ist dann halt gar nichts mehr wert. Ich habe mal mit einem Kunden zusammengearbeitet, ein Tierarzt, der hat halt immer wieder News veröffentlicht, dass ein Hund bei ihm in der Praxis war und dass die Behandlung sehr angenehm war. Das war so zwei Satz News. Und dafür gab es halt immer wieder neue Seiten und Inhalte. Und das war halt eher kontraproduktiv. Erstens hat es nicht so viel Mehrwert gehabt für den Besucher. Und zum anderen hat es eher wie Duplicate Content ausgesehen, weil die Gesamtstruktur drumherum viel gewichtiger war. Auf externe und interne Links solltet ihr achten. Also ihr solltet schauen, dass die Links, die nach außen gehen, auch immer funktionieren und dass die nicht immer weiterleiten. Großer Fehler ist, dass man einfach HTTP eingibt und dann wird es weitergeleitet auf HTTPS. Das ist dann schon eine Weiterleitung. Verlinkt die tatsächliche Seite, auf die ihr verlinken wollt, ohne dass eine Weiterleitung stattfindet. Sowas muss man öfters mal kontrollieren. Es gibt Broken Link Checker und die entsprechenden SEO-Tools bieten das auch an, dass die erkennen, dass da temporäre Weiterleitungen stattfinden. Also darauf solltet ihr achten. Die Links zu externen Seiten sollten zum Thema passen. Also verlinkt nicht immer irgendwie eure ganze Family, weil man das halt so macht, sondern es sollte halt auch einfach zu eurem Thema passen. Und es gibt auch sogenannte No-Follow-Auszeichnungen. Da ist auch gerade was am Ändern. Also Google wird die nicht mehr so beachten, wird es zwar als Info zur Kenntnis nehmen, aber es ist keine Regel mehr mit No-Follow. Also es gibt dann aber auch neue Attribute für Links, die heißen dann Sponsored und Click Advertising. Ja, genau. Und das werden dann neue Attribute sein für Links. Ihr solltet viele interne Links nutzen. Und wenn ihr interne Links nutzt, gibt es keinen Grund dafür, dass ihr No-Follow benutzt. Also wenn eine Suchmaschine auf einer Seite landet, dann kann sie ja eigentlich auch den Links auf dieser Seite folgen. Wenn ihr nicht wollt, dass eine Seite indiziert wird, wie zum Beispiel, also meinetwegen muss jetzt die Datenschutzerklärung nicht bei Google erreichbar sein, sondern nur über meine Seite, kann man auf No-Index setzen, aber Follow kann man dann schon trotzdem lassen. Ganz oft hört man ja bei der On-Page-Optimierung oder bei der Suchmaschinen-Optimierung, Content ist King. Und für Content ist King brauchen wir die entsprechenden Keywords und es gibt einen Trick, dass man sogenannte Schwellen-Keywords nutzen kann. Und was machen wir mit den Keywords? Es gibt die WDF-IDF-Analyse, das ist eine Textanalyse, die uns ein bisschen näher zu den Inhalten bringt, die wir kommunizieren wollen. Es gibt den Google AdWords Keyword Planner. Der war mal kostenlos, ich kann noch irgendwie auf den zugreifen, aber mit einem anderen Account nicht mehr. Also eigentlich kommt man irgendwie nur drauf, wenn man auch Google AdWords nutzt mittlerweile oder mal genutzt hat. Es gibt aber eine Seite, die heißt Search Volume.io, die habe ich gestern ausprobiert. Also ich nutze normalerweise den AdWords-Planer, aber die Search Volume.io, die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und über Xovi kann man das zum Beispiel auch Keywords finden. Es gibt noch andere Search Metrics, glaube ich, Seeability, ganz verschiedene Tools. Und dann kann man einfach mal gucken, was suchen eigentlich die Leute? Ich habe da jetzt mal eingegeben, Cash, Cash lernen, Cash löschen, Chrome Browser und dann sehe ich hier monatlich 18.000 Suchanfragen, 18.100, 4.400, 9.900. Also es sind ganz passable Abfragen. Jahrelang habe ich meine eigene Webseite auf Joomla Nürnberg optimiert. Da bin ich auch auf Platz 3, hier sieht man, mit einem Suchvolumen von 0, bravo, habe ich ja viel erreicht. Kein Mensch sucht danach und ich stehe ganz weit oben. Also wenn ihr eure Webseite optimiert, schaut überhaupt, ob das überhaupt gesucht wird. Manchmal steht da sogar eine 10 da. Ich denke, das sind dann die 10 Leute, die in Nürnberg mit Joomla arbeiten, um zu gucken, wo sie stehen. Also wenn ihr eure Webseite optimiert, guckt einfach, dass auch das gesucht wird, was ihr da optimieren wollt. Dann gibt es noch die Schwellen-Keywords. Das sind die Keywords, zu denen ihr eigentlich schon ein Ranking habt. Da könnt ihr ja über so verschiedene Tools nachschauen, auf welcher Position stehe ich denn eigentlich. Ich habe das mit diesen Schwellen-Keywords mal für die Browser-Cache-Lehrenseite mal ausprobiert. Ich habe geschaut, wo bin ich auf Seite 2 bis 3 bei Google und habe ein hohes Suchvolumen. Könnt ihr das lesen? Vor ein paar Wochen stand da noch Mozzarella da. Aber ich glaube, wegen Mozilla. Das ist jetzt mittlerweile verschwunden. Aber hier ist eben Mozilla, wird 49.000 Mal gesucht. Safari mit IE. Da bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt den Browser meinen. Also auch 49.500 Mal ungefähr gesucht. Da bin ich auf Platz 11. Und ich habe mir jetzt gedacht, Internet Explorer 11 ist auf Platz 18, 27.000 Mal gesucht. Das ist doch eigentlich ein Keyword, auf das ich optimieren könnte. Weil eben bei Safari bin ich mir nicht so sicher. Und Mozilla, warum eigentlich nicht? Ach so, ja, da bin ich auf Platz 26. Also von Platz 18 auf Platz 9 zu kommen, nur noch fünf Minuten. Okay. Es ist halt relativ schwerer, als von Platz 18 hochzukommen. Wie mache ich das? Wie optimiere ich jetzt mal eine Seite auf dieses Keyword? Ich mache eine sogenannte WDF-IDF-Analyse. Das könnt ihr euch später noch nachlesen, was das konkret bedeutet. Das untersucht einfach das Verhältnis von meinen Keywords auf meiner Seite zu meinen Keywords auf anderen Seiten. Ich habe jetzt mal auf die Schnelle gesagt. Und stellt mir dann für diese Liste, die ich vorhin gemacht habe, also nicht für die Liste, sondern für dieses eine Wort, für Internet Explorer 11, stellt es mir dann Wörter zur Verfügung, die meinen Text besonders abheben würden. Ich habe jetzt hier Wörter sogar schon verwendet im Text, aber in meiner XOVI-Analyse sagt die Analyse, das solltest du aber öfters verwenden, das Wort. Ich soll Internet öfters verwenden, Explorer, Internet Explorer. Ich habe Windows gar nicht verwendet. Das hat eine sehr hohe Priorität. Ich sollte Windows bitte verwenden. Und das sind alles sogenannte Proof-Words, die schauen, ob mein Text überhaupt relevant ist zu dem Suchbegriff, der gesucht wird. Und diese Textanalyse, wenn man auch diese Empfindlichkeit ein bisschen rausnimmt, ich habe jetzt hier nur die ganz wichtigen Wörter angezeigt, wenn man die Empfindlichkeit rausnimmt, finde ich, gibt diese Liste einem einen guten Eindruck darüber, was Google eigentlich auch für Inhalte erwartet auf der Seite, die ich da zur Verfügung stelle. Und ja, das kann man dann halt wie in der Schule eine Reizwortgeschichte draus basteln, aber soll halt Sinn ergeben. Die URL sollte nicht zu lang sein, sollte maximal 90 Zeichen haben. Man sollte in der URL keine Stopp-Wörter verwenden. Joomla macht ja automatisch aus dem Titel den Alias draus, dann ist der Alias so lang. Das solltet ihr am besten anpassen und kürzen, auch einfach und und oder und die, der, die, das, was weiß ich, alles entfernen. Es sollten sprechende URLs sein und bitte auch kein Keyword-Stuffing in den URLs. Bitte schreibt da nicht irgendwie alle möglichen Keywords rein, bloß damit die irgendwo erscheinen. Das sollte wirklich Sinn ergeben, was da in der URL steht. Und verwendet keine Großbuchstaben, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen in eurer URL. Und Bilder und Dateien bilden auch URLs. Also wenn ihr Bilder einbindet in eure Webseiten, dann sollten die auch diese Regeln befolgen. Nicht zu lang, sprechend, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen und so weiter. Ich denke, wie man die suchmaschinenfreundlichen URLs in Joomla einstellt, weiß jeder von euch. Hoffe ich doch. Ihr steigt es in der Konfiguration ein, ändert den Namen von der ht-access tx10 in .ht-access um und habt dann auch suchmaschinenfreundliche URLs statt die unfreundlichen. Das, was ich jetzt euch gesagt habe, das war nicht alles. Es gibt viel zu tun. Eure Seite braucht ganz, ganz viel Pflege und Zuwendung. Und am Beispiel von dieser Browser-Cache-Leeren-Seite habt ihr gesehen, selbst wenn man die Basis richtig macht, man kann nochmal Gas geben, nochmal an verschiedenen Stellen Sachen optimieren und einen erheblichen Sprung machen. Und ja, ich hoffe, dass ihr irgendwas gelernt habt bei dem Vortrag und dass es euch geholfen hat und dass ihr auch 70.000 Besucher pro Monat irgendwo auf euren Seiten habt. Habt ihr irgendwelche Fragen? Tom? Was hast du analysiert? Ich habe zuerst die Analyse mit Piwik oder halt Matomo gemacht, wie es jetzt heißt. Das war mein Mittel der Wahl, damit es auch auf meinem Server ist. Jetzt vor zwei Wochen habe ich angefangen, auch Google Analytics einzusetzen, weil auf der Seite AdWords jetzt laufen und auch Einnahmen generieren und AdWords mit Analytics dann auch ganz gut nochmal zusammenarbeitet für die optimierte Auslieferung der Anzeigen. Wollte auch noch dazu erwähnen, ich habe dieses Browser-Cache-Lernprojekt mal dann eben 2017, als ich es vorgestellt habe, kam der Marc aus Belgien, der hat gesagt, coole Sache, ich übersetze es dir auf Französisch. Dann kam der Maurice, der hat es dann auf Niederländisch übersetzt. Brian hat mir geholfen, den englischen Text zu korrigieren. Die Seite ist aktuell viersprachig. Als ich vor ein paar Wochen gepostet habe, dass die Seite jetzt so einen Sprung gemacht hat, haben sich welche aus Griechenland und Spanien gemeldet, die es übersetzen wollen. Die Seite ist jetzt multilingual und ist jetzt nicht nur mein Baby, sondern auch ein Joomla-Baby. Und die ganzen Einnahmen, die ich da jetzt über AdWords einnehmen werde, die hoffentlich ganz, ganz steigen werden, will ich dann irgendwie an die lokalen Communities dann spenden. Danke. 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 Danke.